Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RSFZ Heidenheim Konferenz Nukil, Ligue 2 2024-2025, zweiter Spieltag Parfos FC gegen RSFZH, Ergebnis 0 zu 1 Startelf, Parfos FC Laufikusik, Joaho, Korea, Lokasen, Koldach, Suntik, Dracavik, Trikemor, Silva, Bruno, Philippi, Jatio, Da, Silva, Jata, Da, Startelf von RSFZH Müller, Busch, Anka, Südrisse, Leben, Teuerkauf, Duxch Greber, Contrabeck, Hansi, Homsag, Kaufmann Das war's von Parfos FC gegen RSFZH 19.32 Uhr, Wetter in Bagugheim, 14 Grad in Bagugheim, 14 Grad 14 Grad 18.32 Uhr, 20 Grad 26 Grad Vielen Dank.